Weißkohl, eine Gemüsepflanze, eine Gartenpflanze, ein Heilkraut und ein mystisches Gewächs. Weißkohl, auch Brassica genannt, auch Gemüsekohl genannt, also Brassica oleracea, ist insbesondere ein beliebtes Gemüse, ein günstiges Gemüse, das man roh essen kann, wie auch gekocht. Weißkohl als Gemüsepflanze. Weißkohl ist eine Gemüsepflanze und kann entweder roh gegessen werden, insbesondere kann man Weißkohlsalat machen, auch Weißkrautsalat bezeichnet. Man schneidet den Weißkohl klein und kann darin bestimmte Öle oder Zitrone dazugeben, manche machen Salz dazu, manche Pfeffer, manche auch bestimmte Kräuter. Gerade roh gegessen hat Weißkohl seine ganzen Vitamine. Weißkohl hat viel Vitamin C und andere Vitalstoffe. Weißkohl ist nicht immer einfach zu verdauen, manche bekommen dabei Blähungen und dann kann man zum Beispiel etwas Kümmel dazugeben. Weißkohl kann man auch kochen und kann auch anbraten. Er wird manchmal auch gerne gedünstet. Weil aus Weißkohl kann man auch Kohlsuppe machen und es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Kohlsuppendiät, auf die ich später eingehen will. Besonders beliebt ist natürlich auch Sauerkraut und Sauerkraut ist insbesondere auch sehr hilfreich, um die Darmflora wieder zu normalisieren, insbesondere wenn man das Sauerkraut in roher Form hat, also nicht erhitzt. Sauerkraut herzustellen ist nicht allzu schwer. Man nimmt einfach klein geschnittenen Kohl, dieser wird noch etwas gedrückt und dann gibt man ihnen ein spezielles Holzgefäß hinein und so legt man den Kohl ein, vielleicht noch mit etwas Salzlage und dann entsteht Milchsäuregärung und daraus entsteht Sauerkraut. Das ist dann sehr gut verträglich und ist auch sehr gut für den Darm. So ist also Sauerkraut etwas, was aus Weißkraut gewonnen wird. Leider wird in Mitteleuropa Sauerkraut häufig in gekochter Form verwendet oder es gibt es auch in Dosen und so weiter und dann hat er den größten Teil der Nährstoffe verwendet. Weißkohl als Heilkraut. Weißkohl kann man als Heilmittel verwenden. Zum Beispiel gibt es Kohlauflagen oder Kohlwickel und das kann helfen bei Hautentzündungen, bei langsam heilenden Wunden. Man kann Kohlwickel auch verwenden bei rheumatischen und neuralgischen Beschwerden. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Typischerweise schneidet man den Kohl in kleine Streifen. Anschließend wird der Kohl aufgebrochen mit etwas, zum Beispiel mit einer Küchenrolle und anschließend gibt man das dann auf die Haut. Manchmal wird auch der Kohlwickel auf andere Weise hergestellt. Also man wird nicht direkt auf die Haut gegeben, sondern er kommt auf ein feuchtes Tuch und nur das feuchte Tuch kommt direkt auf die Haut. Man schneidet also die starke Mittelrippe aus den einzelnen Blättern heraus, dann legt man die Kohlblätter auf eine nicht saugfähige Unterlage, walzt das gut mit einer Flasche durch oder blättet das auch mit einem Klopfer, bis der Saft austritt und anschließend legt man die feuchten Blätter dachziegelartig, also überlappend auf die Wunde oder auch auf den betreffenden zu heilenden Teil. Also es gibt jetzt also schon drei verschiedene Weisen. Eine Weise ist die zerkleinerten Blätter, legst du auf die Haut. Die zweite wäre, die zerkleinerten Blätter, wo der Saft ausgetreten ist, legst du auf ein feuchtes Tuch und das gibst du auf die Haut. Und die dritte wäre, du nimmst die Blätter als Ganzes und legst die Blätter als Ganzes auf die Haut, aber die sind vorher ausgewalzt worden. Und dann anschließend fixiert man das Ganze zum Beispiel mit Frischhaltefolie oder mit einer elastischen Binde oder mit einer alten Strumpfhose. Man kann den Wickel über Nacht tragen und kann das über zwei Wochen machen. Und ich kenne einige Menschen, die über Kohlblätterauflage, also letztlich durch Kohlwickel, ihre offene Wunden geheilt haben oder auch, die auch ihre Gelenkserkrankungen heilen konnten. Man kann auch Kopfschmerzen mit Kohlwickel behandeln, man kann auch bei Halsentzündungen und Bronchitis Kohlwickel verwenden, man kann Arthrose und Schwellungen und vieles andere mit Kohlwickel heilen. Also Kohlwickel sind etwas, was man aus Weißkohl herstellt und diese sind sehr gut verwendbar. Man kann aber auch zum Beispiel bewusst Weißkohl verwenden innerlich und innerlich kann man auch Kohl verwenden als Rollkur bei Magen- und Darmbeschwerden. Also man kann auch bei Zellfingerdarm-Geschwüren und bei Magengeschwüren Weißkohl verwenden, das solltest du dir dann aber erklären lassen von Arzt oder Heilpraktiker. Des Weiteren kann man eben Weißkohl auch verwenden, also auch insgesamt Sauerkraut verwenden zu einer Darmflora-Sanierung. Und aus Weißkohl kann man auch Sauerkrautsaft gewinnen und das ist ein sehr machtvolles Mittel, um die Darmflora zu regenerieren, zum Beispiel nach einer Antibiotika-Kur. Oder wenn man Antibiotika genommen hat, ist oft die Darmflora durcheinandergebracht. Die effektivste Weise, zügig die Darmflora wieder zu normalisieren, ist eben Sauerkraut und Sauerkrautsaft. Kohlsuppendiät als eine besondere Form Form der Nutzung des Weißkohls. Es gibt die sogenannte Kohlsuppe und die Kohlsuppe kann sehr hilfreich sein, zum Beispiel, um abzunehmen. Kohlsuppe ist also etwas, was man verwenden kann in einer Diät. Die Grundlage ist, man bereitet eine Kohlsuppe vor und isst so viel davon, wie man will und ansonsten ernährt man sich niedrig kalorisch. Kohlsuppendiät ist eine einfach zuzubereitende Suppe, da verwendet man jetzt nicht nur Kohl, sondern typischerweise verwendet man ganz klassisch einen Kopf Weißkohl mit zwei großen Paprikaschoten, dann noch ein Kilogramm Karotten, noch Stangensellerie und das eventuell ein wenig Kümmel oder Pfeffer. Daraus bereitet man dann einen großen Topf Suppe vor und diese kann man dann an sieben aufeinanderfolgenden Tagen essen. Man kann so viel Suppe wie möglich essen und über den ganzen Tag. Zusätzlich kann man dann auch noch andere andere Lebensmittel essen. In der ursprünglichen Form sind am Tag eins nur Obst, außer Bananen verwenden. Dann gibt es am Tag zwei, isst man dann rohes und frisches Dosengemüse oder, also Dosengemüse natürlich nicht, ich habe es jetzt gerade abgelesen, man verwendet am zweiten Tag rohes und frisches Gemüse und dann am dritten Tag isst man dann Banane, am vierten Tag wieder so viel Obst und Gemüse, wie man will, am fünften Tag sollte man irgendwas Eiweißhaltiges nehmen, zum Beispiel Tofu und am sechsten Tag gibt es wieder etwas anderes. Also die Kohlsuppen-Diät ist etwas, was man über sieben Tage machen kann, aber man kann die Kohlsuppen-Diät einfach verwenden, man isst so viel Kohlsuppe, wie man will, das reduziert auch den Hunger und dann isst man anderes zusätzlich in gewisser Menge und so kann man die Kohlsuppen-Diät auch längeren Zeitraum machen. So kann also Kohlsuppe aus Weißkohl auch langfristig für Gewichtreduktion helfen. Kohl, Weißkohl ist also ein billiges Gemüse, aber ein sehr wertvolles und eine einfache Weise, gesund zu sein. Ich glaube, Vielen Dank.